Das Weltall, die unendlichen Weiten des Universums. Und hier in diesem schönen Schmuddelfing leben nicht nur Menschen. Hier leben ganz besondere Wesen. Nimm den Kopf aus dem Topf. Ich will auch noch was. Die Rakete habe ich selbst gebaut. Drei, zwei, eins, da! Oioioioioi, lausiger Hühnerich! Hallo Olchis, hallo Olchis, hier Bodenstation, hier Brausebei. Ich schalte jetzt um auf Fernsteuerung. Ihr könnt euch erstmal entspannen. Was ist das Kröte hier? Schleime, Schlamm und Käsefuß. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Heiliger Müllsack. Noch nie.